Boah, schon wieder Durst. Du kennst hier nur zwei Gefühle auf dieser... ... in diesem Spiel. Durst? Wo ist jetzt mein Pferd hin? Ich hasse das Spiel gerade so hart. Jetzt muss das Pferd auch unbedingt in diesen blöden Spooky reinlaufen. Kennen sie doch. Will ich aber nicht kennen. Dann skripiert die hier schon. Wobei ich sagen muss, dass die Ressourcen ganz gut nachspornen. Ja... Das wird so krone, hm? Das ist doch... Hups! Hups! Das ist doch so krone. Wieso? 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 Hupf! Kein stories Wieso... Dieseße? Das war mir nicht gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 mh das ist ein paar Level 8 Nein, danke Jetzt ist das wieder bei Null Bitte, Pinchy Dachte ihr, das war ein Radieschen Ach Gott, was ist das? Ja, ich glaub, das ist normal, der wurde nämlich angegriffen Ja, als Dorf, das hat er nämlich keine Prozente verloren Und jetzt, nee, machen wir nicht Dann lassen wir es, dann haben wir auch kein Dino Oh, wir haben auch nicht mal einen Wir haben einen Pfüfte Ja, toll Dammelding Nee Wie wärs man da mit, wenn wir einen zweiten holen? Hm? Wenn wir noch einen zweiten holen Auch wenn ich so ein Loch rette Können wir gleich machen Aber ich brauch nur eine Wand Ja Und ne Tür Und ne Deckel Da hinten rennt ein Pferd Das ist auch nicht egal Sehr parisch Mir egal Blödes Pferd Hm Ja, das ist glaub ich auch deins Ja, das ist ja auch meins Ja, das ist ja auch meins Wohin sterben Egal Ich bin jetzt sauer BED SAUER BED SAUER Mach das Pferd nicht mit Ja, das Pferd macht die Action Ja, genau Aber das hab ich nicht gemacht Es lief nach Tokio Und ab danach hatte ich Probleme Deswegen Das Pferdchen Ich halte dich doch in Viola Ich halte dich doch in Viola Hüpp Und ja Das hat sie gesagt Haben wir noch in Viola? Ja. Uff. Warten wir mal den Kuppelsattelbaum. 38. Wow! Uff. 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 Haben wir Bock auf Gammelsfleisch? Mh. Ne. Toll. Vielleicht verrollt so'n Teil durch die Gegend. Ich hab eben das ganze Fleisch, was ich hatte, zum Gammeln aufgeteilt. Waren über 100 Stück. Die sind aber schon durch. Also als Narkosemittel durch. Oh. Jetzt brauchen wir nur noch Decken. Ich kann welche machen. Ich bin nur einer. Oh. Doch so viel. Das heißt fein. Joa. Ich wollte gerade zu den Bäumen laufen. Ich laufe jetzt erstmal zum Wasser. Ja. Gute Scheidung. Gute Scheidung. Also entweder macht dieser Baum hier verdammt komische Geräusche, oder du hast gerade wieder ne Laterne umgenietet. Hat ne Laterne umgenietet. Gute Scheidung. Gute Scheidung. Gute Scheidung. War genau in dem Moment. In dem Moment, wo mein Baum umfällt, kam dann bei dir das Geräusch. Lüge. Halt dich für eine Lüge. Und fühl mich durch. Ne. Doch. Meinst du war ne gelügte Lüge? Ja. Wieso oft. Also wie können sie das passen? Das war ich jetzt nicht. Die Arsch. Hast du grad zu mir Arsch gesagt? Was? Hast du grad zu mir Arsch gesagt? Hast du grad zu mir Arsch gesagt? Ich hab gesagt SIE Arsch. Ja. Ich hab's höflich gesagt. Ich hau dich gleich. Ich bin gleich da hin und hau dir im Kopf nach. Glaub ich dir sogar. Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Mhm. Hast du nen Bohler? Ja. Warum? Können wir die Crew vor der Tür bohlen? Damit ich sie ein bisschen nach oben ein bisschen höher stecken kann. Na, willst du die töten? Ja, ich will die Tür. Au. Passt jetzt. Sag doch, ich glaub dir, dass du mich schlimm legst. Hä? Aber ich hab das Fleisch nicht. Das musst du haben. 24 hab ich nur. Egal. Ja, warte mal. Hab ich grad aufgeteilt. Hab ich grad aufgeteilt. Ich sag ja nur, ich will die dann anmaßen. Was? Ja. Kannst du ja. Kannst du ja. Kannst du schon wieder? Bleib. Ach. Äh. Du hast mir voll nichts gezogen. Gezogen. Was? Was? Was hab ich gezogen? Wie gesagt, du hast mir voll Leben abgezogen. So. Ich bin halt freundlich. Ich bin halt voll nett. Ja. Das Problem ist, mit dem Petri brauchen wir auch erstmal... ...flash. Ja. Wir füllen das blöde Ferti. Hm. Mh. Hm-hm. Einmal, bisschen Stroh. Ach, willst du das... Ach wennst... Zeh, ich... ... hier... 해� toc bag. Ich baue doch auch, was willst du denn von mir? Clecken? Ja. Das ist gut. Aber so ist es, wenn sie erst meckern, dann fragen. Genau. Willi, macht man das etwa andersrum? Das war mir neu.